So, guten Morgen aus Kitzbühel. Ach ja, genau. Eigentlich ist nicht in Österreich, dürfen wir? Doch, wir dürfen in Österreich. Das Wetter sieht auf der Kamera nicht so gut aus. Es ist auch nicht so gut. Aber es ist besser wie erwartet. Also es ist hier alles relativ bewölkt. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir relativ bald über den Wolken sind und dann die Sonne haben. So, wir sind jetzt schon fast aus den Wolken draußen. Das Wetter hält sich auf. Alle sind fit und gut drauf. So, wir machen jetzt die erste kurze Pause. Weil ich nicht mehr kann. Nach insgesamt 300 Höhenmeter. So, jetzt sind wir auf der Fleckalm. Auf 1250 Meter angekommen. 510 Höhenmeter haben wir schon gemacht. Und es läuft gut, würde ich sagen. Weil ich bin für die Sounds zuständig. Boah! Boom! Hast du noch einen Hard Fact? Wie ein Hard Fact? Wie lange fahren wir schon? Ich habe 51 Minuten für Hard Fact. Boom! Ich habe 52, 38. Boom! Aber das heißt wir haben jetzt die 500 Höhenmeter in unter einer Stunde gemacht. Bam! Und jetzt du! Es läuft gut. Wir sind auch ohne Pause fast 1,34. Das kann ja fast nicht sein. 1,35. Chris, mach mal ein Geräusch. Boom! Zack, boom! Kabum! Da sind wir dann in 1,40 hoch. Da mache ich jetzt mal aus und konzentriere mich aufs Hochfahren. Bis oben. Jawoll, schön was. So, wir sind am Haus angekommen und natürlich hat es offen. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja, oder? Ja, oder? Da wollte ich ein bisschen auf der Sonnenterrasse sonnen. Also, die Wolken waren schneller oben, wie wir. Grauen Ausblick. Aber ich glaube, unten wird es wieder besser dann. Ah, Flecke am Trailer. Nummer Temperplan machen lassen, oder? Wie findet ihr dann, was ihr jetzt���? D. D. aja. Dr. Dr. U. 5 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube es wäre links, aber auch schön, auch schöne Variante. Da kippt er sich nochmal. So, geh noch kurz. So, da war ich jetzt ein wenig schnell dran. So schön, Glückwunsch. Schönen Tag. Schön war's, alle gesund. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag.